So meine Freunde, wie war es da? Abendstart für euch. Ich habe eine kleine Sun and Moon News-League-Ziemlich-coole Sache für euch, denn so wie es aussieht, scheint es in Alola Aprikocobälle zu geben. Wer es nicht kennt, Aprikocobälle waren der heiße Scheiß in Generation 2 Pokémon Gold und Silber, denn Kurt konnte damals aus Aprikocos bestimmter Farben Pokébälle fertigen, die bestimmte Effekte hatten. So konnten zum Beispiel Schwerbälle, besonders schwere Pokémon fangen. Turbo-Bälle funktionierten in den ersten Runden, dachte ich gut, oder bei schnellen Pokémon. Ich dachte bei schnellen Pokémon. Köderbälle funktionierten bei Wasser-Pokémon ziemlich gut, etc. PP-Mondbälle bei Pokémon, die sich bloß bei Mondstellen entwickeln. Und diese Bälle scheint es in Pokémon Sonne und Mond auch zu geben. Und was ich jetzt ganz, ganz schwer hoffe, ich hatte es auch schon im letzten Video gesagt, dass es einen Ball gibt für die Ultra-Beats, um die Ultra-Beats zu fangen. Was ich mir sehr hoffe, wäre einfach, wenn wir endlich mal nach 10 verdammten Jahren neue Pokébälle kriegen würden. Es gibt so viele Sachen, die nützlich wären. Zum Beispiel, es gibt 5000 verschiedene Bälle, um Wasser-Pokémon zu fangen, aber keinen, um Stahlboden- und Gesteins-Pokémon Wasser zu fangen. Oder Pokémon, die legendär sind oder so. Oder Pokémon, die die Teleport einsetzen könnten. Sowas wäre mal ziemlich praktisch. Und allgemein finde ich, dass die Pokébälle zwar einen guten Nutzen hatten, also sei es der Premier-Ball als ziemlich stylischer Ball oder der Dusk-Ball, der finster Ball, dachte ich auf Deutsch, um Pokémon in Höhlenwasser zu fangen. Aber es gibt noch so viele Sachen, oder wie wäre es denn einfach, wenn zu jedem Pokémon-Typ ein Pokémon-Ball draußen wäre. Dass es zum Beispiel einen Pokéball gibt für Feuer-Pokémon, einen für Pflanzen-Pokémon, einen besonderen Pokéball für Feen zum Beispiel oder für Stahl-Pokémon. Fände ich ziemlich cool, denn ich bin jemand, der seine Pokémon immer gerne in speziellen Pokéballen fängt. Und das wäre was für mich, wo ich sagen würde, okay, das ist nochmal so ein kleines Sahnehäubchen auf Generation 7, die es noch ein bisschen besser macht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass durch das Data-Mining geleakt ist, dass die Aprikoko-Bälle eine besondere Fang-Animation haben. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass es im Pokémon Sonne und Mond diese Aprikoko-Bälle zu kaufen gibt oder die Aprikoko-Bälle zu finden gibt. Ich fände es sehr, sehr cool, wenn es da wieder so einen Alola-Code gibt, der uns die Pokéballe fertig macht. Ist nicht mal so das Problem, wenn es jetzt irgendwie so ist, dass man die anbauen müsste. Würde ich, denke ich mal, sehr, sehr gerne Aprikoko-Grinden und wirklich anbauen, dass ich hier einen Batzen voll von diesen Pokéballen habe. Ich fände es ziemlich cool, ihr könnt gerne mal noch in die Kommentare schreiben, was ihr cool findet und eventuell habt ihr Ideen für Pokéballe, die ihr ganz cool fändet und gerne haben würdet. Es gibt ja schon die wildesten, abstrusesten Ideen, den Alta-Beast-Ball gibt es zum Beispiel ganz neu, um mal die Ultra-Beste hinzufangen. Und ja, was seid ihr gerne als Pokéball? Wie findet ihr es, dass die Aprikoko-Bälle vor allen Dingen wieder zurückkommen aus der Jotoregion? Ich finde es sehr, sehr gut, es passt natürlich auch. Aprikoko sind dann so eine Art Kokosnüsse und in den Tropen gibt es nun mal Kokosnüsse in den meisten Fällen. Und ich freue mich drauf, ich freue mich sehr auf die Aprikoko-Bälle, denn die fand ich schon immer ziemlich cool und freue mich natürlich auch, meine Pokémon darin zu fangen, denn die Animationen sehen ziemlich geil aus. Das war es von mir mit diesem kleinen Video. Ich finde es ziemlich nice, dass es diese Bälle wahrscheinlich wieder geben wird. Und was findet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kleines Däumchen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao!